Ruhe. Abstand vom hektischen Alltag. Entspannte, familiäre Wohlfühlatmosphäre in idyllischer Umgebung. In der MyWay Betty Ford Klinik können Sie regenerieren und Kraft sammeln. Absolute Diskretion, eine exzellente medizinische Versorgung und viel menschliche Wärme geben Ihnen Rückhalt für die Zeit der Umstellung. Die Einrichtung atmet Hotel statt Klinikambiente. 45 komfortable Einzelzimmer mit luxuriöser Ausstattung lassen keine Wünsche offen und bieten ausreichend Raum für Rückzug und Erholung. Unser Therapeutenteam ist multiprofessionell und deutlich überdurchschnittlich besetzt. Er sorgt für eine exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Behandlung und eine intensive Unterstützung während Ihres Aufenthalts. Das seit 40 Jahren bewährte Konzept der Betty Ford Therapie besteht aus einem patientenspezifischen Programm mit wöchentlich fünf Einzel- und fünf Gruppentherapien. Zusammen mit den zahlreichen zusätzlichen Therapieangeboten wird ein ausgefüllter Tagesplan zusammengestellt. Die MyWay Betty Ford Klinik ist die einzige nach BAR zertifizierte private Suchtklinik in Deutschland. Sie behandelt ausschließlich Abhängigkeitserkrankungen, aber wir sind nicht nur eine Klinik mit medizinischem Anspruch. Uns liegt auch die ganzheitliche Begleitung und das Wohlbefinden unserer Gäste am Herzen. Ruhige Lage im wunderschönen Staatsbad Bad Brückenau, freier Zugang zum erstklassigen Spa-Bereich des benachbarten Dorinthotels, ausgewogenes Essen aus unserer frischen Küche. Hier finden Sie beste Voraussetzungen für eine innere Erneuerung. Für eine Kursänderung. Für ein besseres, selbstbestimmtes Leben. Für Ihr neues Leben. Untertitelung des ZDF für ZDF für ZDF für Stachmodellberg. Hier finden Sie beste Voraussetzungen für ein frischen kommeratz, Mercedes Kölnerp君, mit auf dem ZDF für den Begleitung Dalegangstaff Untertitelung des ZDF, 2020